Zum ewigen Frieden Zum ewigen Frieden Ob diese satirische Überschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahingestellt sein. Das bedingt sich aber der Verfasser des Gegenwärtigen aus, daß, da der praktische Politiker mit dem Theoretischen auf dem Fuß steht, mit großer Selbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulweisen herabzusehen, der dem Staat, welcher von Erfahrungsgrundsätzen ausgehen müsse, mit seinen sachleeren Ideen keine Gefahr bringe, und den man immer seine Eilfkegel auf einmal werfen lassen kann, ohne daß sich der weltkundige Staatsmann daran kehren darf, dieser auch, im Fall eines Streits mit jenem, sofern konsequent verfahren müsse, hinter seinen auf Gutglück gewagten und öffentlich geäußerten Meinungen nicht Gefahr für den Staat zu wittern, durch welche Klausula Salvatoria der Verfasser dieses sich dann hiemit in der besten Form wieder alle bösliche Auslegung ausdrücklich verwahrt wissen will. Erster Abschnitt Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält 1. Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet und dem das Beiwort »ewig« anzuhängen, ein schon verdächtiger Pleonasm ist. Die vorhandene, obgleich jetzt vielleicht den Pazizierenden selbst noch nicht bekannte Ursachen zum künftigen Kriege, sind durch den Friedensschluß insgesamt vernichtet. Sie mögen auch aus archivarischen Dokumenten mit noch so scharfsichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. Der Vorbehalt, Reservatio mentalis, alter, allererst künftig auszudenkender Prätensionen, deren kein Teil für jetzt Erwähnung tun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg fortzusetzen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu benutzen, gehört zur Jesuiten-Kasuistik und ist unter der Würde der Regenten, sowie die Willfährigkeit zu dergleichen Deduktionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sich selbst ist, beurteilt. Wenn aber nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit in beständiger Vergrößerung der Macht, durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staates gesetzt wird, so fällt freilich jenes Urteil als schulmäßig und pedantisch in die Augen. 2. Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Ein Staat ist nämlich nicht, wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat, eine Habe, Patrimonium. Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders als er selbst zu gebieten und zu disponieren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Wurzel hatte, als Pfropfreis einem anderen Staate einzuverleiben, heißt seine Existenz als einer moralischen Person aufheben und aus der Letzteren eine Sache machen und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein Volk denken lässt. In welche Gefahr das Vorurteil dieser Erwerbungsart Europa, denn die anderen Weltteile haben nie davon gewußt, in unseren bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, daß sich nämlich auch Staaten einander heuraten könnten, ist jedermann bekannt, teils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Kräften durch Familienbündnisse übermächtig zu machen, teils auch auf solche Art den Länderbesitz zu erweitern. Auch die Verdingung der Truppen eines Staates an einen anderen gegen einen nicht-gemeinschaftlichen Feind ist dahin zu zählen. Denn die Untertanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. 3. Stehende Heere, Miles Perpetus, sollen mit der Zeit ganz aufhören. Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen, reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen, und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden. Wozu kommt, daß zum Töten oder getötet zu werden in Sollt genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern, des Staates, zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt. Ganz anders ist es mit der freiwilligen, periodisch vorgenommenen Übung der Staatsbürger in Waffen bewandt, sich und ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von außen zu sichern. Mit der Anhäufung eines Schatzes würde es ebenso gehen, daß er, von anderen Staaten, als Bedrohung mit Krieg angesehen, zu zuvorkommenden Angriffen nötigte, weil unter den drei Mächten, der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte, wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe desselben zu erforschen, dem entgegenstände. 4. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. Zum Beruf der Landesökonomie, der Wegebesserung, neuer Ansiedelungen, Anschaffung der Magazine für besorgliche Misswachsjahre usw., außerhalb oder innerhalb dem Staate Hilfe zu suchen, ist diese Hilfsquelle unverdächtig. 5. Aber als entgegenwirkende Maschine der Mächte gegeneinander ist ein Kreditsystem ins Unabseeliche, anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung, weil sie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal geschehen wird, gesicherter Schulden, die sinnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volkes in diesem Jahrhundert, eine gefährliche Geldmacht, nämlich ein Schatz zum Krieg führen, der die Schätze aller anderen Staaten zusammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall der Taxen, der doch auch durch die Belebung des Verkehrs vermittels der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb noch lange hingehalten wird, erschöpft werden kann. Diese Leichtigkeit, Krieg zu führen, mit der Neigung der Machthabenden dazu, welche der menschlichen Natur eingeartet zu sein scheint, verbunden, ist also ein großes Hindernis des ewigen Friedens, welches zu verbieten, um desto mehr ein Präliminarartikel desselben sein müßte, weil der endlich doch unvermeidliche Staatsbankerott manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine öffentliche Läsion der Letzteren sein würde. Mithin sind wenigstens andere Staaten berechtigt, sich gegen einen solchen und dessen Anmaßungen zu verbünden. 5. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen. Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, was er den Untertanen eines anderen Staates gibt? Es kann dieser vielmehr durch das Beispiel der großen Übel, die sich ein Volk durch seine Gesetzlosigkeit zugezogen hat, zur Warnung dienen. Und überhaupt ist das böse Beispiel, was eine freie Person der anderen gibt, als Skandalum acceptum, keine Läsion derselben. Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Teile spaltete, deren jeder für sich einen besonderen Staat vorstellt, der auf das ganze Anspruch macht, wo einem derselben Beistand zu leisten, einem äußeren Staat nicht für Einmischung in die Verfassung des anderen, denn es ist als dann Anarchie angerechnet werden könnte. Solange aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte Verletzung der Rechte eines nur mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem anderen abhängigen Volkes selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen. 6. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind Anstellung der Meuchelmörder Percussores Giftmischer Benefici Brechung der Kapitulation Anstiftung des Verrats Per Duellio in dem bekriegten Staat etc. Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgendein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg Bellum Internecinum ausschlagen würde. Da der Krieg doch nur das traurige Notmittel im Naturzustande ist, wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urteilen könnte, durch Gewalt sein Recht zu behaupten, wo keiner von beiden Teilen für einen ungerechten Feind erklärt werden kann, weil das schon einen Richterausspruch voraussetzt, sondern der Ausschlag desselben, gleich als vor einem sogenannten Gottesgerichte entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist. Zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg Bellum Punitivum denken lässt, weil zwischen ihnen kein Verhältnis eines Obern zu einem Untergebenen stattfindet. Woraus denn folgt, daß ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide Teile zugleich und mit dieser auch alles rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muß schlechterdings unerlaubt sein. Daß aber die genannte Mittel unvermeidlich dahin führen, erhellet daraus, daß jene höllische Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten. Wie etwa der Gebrauch der Spione, uti exploratoribus, wo nur die Ehrlosigkeit anderer, die nun einmal nicht ausgerottet werden kann, benutzt wird, sondern auch in den Friedenszustand übergehen, und so die Absicht desselben gänzlich vernichten würden. Obgleich die angeführte Gesetze objektiv, das ist in der Intention der Machthabenden, lauter Verbot Gesetze, leges prohibitive, sind, so sind doch einige derselben von der strengen, ohne Unterschied der Umstände geltenden Art, leges 5, 6. Andere aber, wie Nummer 2, 3, 4, die zwar nicht als Ausnahmen von der Rechtsregel, aber doch in Rücksicht auf die Ausübung derselben, durch die Umstände subjektiv für die Befugnis erweiternd, leges latae, und Erlaubnisse enthalten, die Vollführung aufzuschieben, ohne doch den Zweck aus den Augen zu verlieren, der diesen Aufschub, zum Beispiel der Wiedererstattung der gewissen Staaten nach Nummer 2 entzogenen Freiheit, nicht auf den Nimmertag, wie August zu versprechen pflegte, ad calendas grecas, auszusetzen, mithin die Nichterstattung, sondern nur, damit sie nicht übereilt und so der Absicht selbst zu Wiedergeschehe, die Verzögerung erlaubt. Denn das Verbot betrifft hier nur die Erwerbungsart, die fernerhin nicht gelten soll, aber nicht den Besitzstand, der, ob er zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel hat, doch zu seiner Zeit der putativen Erwerbung nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten wurde. Zum ewigen Frieden Ein Ein Philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Zweiter Abschnitt Welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält Der Friedens Der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturstand, status naturalis, der vielmehr ein Zustand des Krieges ist. Das ist, wenngleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muß also gestiftet werden, denn die Unterlassung der Letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür. Ohne daß sie einem Nachbar von dem Andern geleistet wird, welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann, kann jener diesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln. Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. Die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft als Menschen, zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung als Untertanen und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben als Staatsbürger gestiftete Verfassung, die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volkes gegründet sein muß, ist die republikanische. Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst diejenige, welche allen Arten der bürgerlichen Konstitution ursprünglich zum Grunde liegt, und nun ist die Frage, ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hinführen kann. Nun hat aber die republikanische Verfassung, außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den ewigen Frieden, wovon der Grund dieser ist. Wenn, wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann, die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten, als da sind, selbst zu fechten, die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben, die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern, zum Übermaße des Übels endlich noch eine den Frieden selbst verbitternde, nie wegen nahe immer neuer Kriege zu tilgende Schulden Last selbst zu übernehmen, sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Da hingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, diese also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten und dergleichen durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Chor die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann. Damit man die republikanische Verfassung nicht, wie gemeiniglich geschieht, mit der demokratischen verwechsele, muß folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staats Civitas können entweder nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt innehaben, oder nach der Regierungsart des Volkes durch sein Oberhaupt, er mag sein, welcher er wolle, eingeteilt werden. Die erste heißt eigentlich die Form der Beherrschung, Forma Imperii, und es sind nur drei derselben möglich, wo nämlich entweder nur einer oder einige unter sich verbunden, oder alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt besitzen. Autokratie, Aristokratie und Demokratie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt. Die zweite ist die Form der Regierung, Forma Regiminis und betrifft die auf die Konstitution, den Akt des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird, gegründete Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht und ist in dieser Beziehung entweder republikanisch oder despotisch. Der Republikanism ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt der Regierung von der Gesetzgebenden. Der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie im eigentlichen Verstande des Wortes notwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wieder einen, der also nicht mit einstimmt, mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen, welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens, so wenig wie das Allgemeine des Obersatzes in einem Vernunftsschlusse zugleich die Subsumption des Besondern unter jenem im Untersatze sein kann. Und wenn gleich die zwei anderen Staatsverfassungen sofern immer fehlerhaft sind, daß sie einer solchen Regierungsart Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens möglich, daß sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart annähmen. Wie etwa Friedrich der Zweite wenigstens sagte, er sei bloß der oberste Diener des Staates, da hingegen die Demokratische es unmöglich macht, weil alles da Herr sein will. Man kann daher sagen, je kleiner das Personale der Staatsgewalt, die Zahl der Herrschaft, je größer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republikanism und sie kann hoffen, durch allmähliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich anders als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen als an der Staatsform, wie wohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel ankommt. Zu jener aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gemäß sein soll, gehört das repräsentative System, in welchem allein eine republikanische Regierungsart möglich, ohne welches sie, die Verfassung mag sein, welche sie wolle, despotisch und gewalttätig ist. Keine der alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, und sie mußten sich darüber auch schlechterdings in dem Despotism auflösen, der unter der Obergewalt eines einzigen noch der erträglichste unter allen ist. Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein. Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande, das ist in der Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen, schon durch ihr Nebeneinander Sein lädieren, und deren jeder um seiner Sicherheit Willen von dem Andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann. Dies wäre ein Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müßte. Darin aber wäre ein Widerspruch, weil ein jeder Staat das Verhältnis eines oberen Gesetzgebenden zu einem unteren Gehorchenden, nämlich dem Volk, enthält. Viele Völker aber in einem Staat nur ein Volk ausmachen würden, welches, da wir hier das Recht der Völker gegeneinander zu erwägen haben, sofern sie so viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen, der Voraussetzung widerspricht. Gleich wie wir nun die Anhänglichkeit der Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, sich selber unaufhörlich zu balgen, als sich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu konstituierenden Zwang zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der Vernünftigen vorzuziehen, mit tiefer Verachtung ansehen und als Ruhigkeit, Ungeschliffenheit und fiesche Abwürdigung der Menschheit betrachten, so sollte man denken, müßten gesittete Völker, jedes für sich zu einem Staat vereinigt, eilen, aus einem so verworfenen Zustande, je eher, desto lieber herauszukommen. Stattdessen aber setzt vielmehr jeder Staat seine Majestät, denn Volksmajestät ist ein ungereimter Ausdruck, gerade darin, gar keinem äußeren gesetzlichen Zwang unterworfen zu sein, und der Glanz seines Oberhaupts besteht darin, daß ihm, ohne daß er sich eben selbst in Gefahr setzen darf, viele Tausende zu Gebot stehen, sich für eine Sache, die sie nichts angeht, aufopfern zu lassen, und der Unterschied der europäischen Wilden von den amerikanischen besteht hauptsächlich darin, daß, da manche Stämme der Letzteren von ihren Feinden gänzlich sind gegessen worden, die Ersteren ihre Überwundene besser zu benutzen wissen, als sie zu verspeisen, und lieber die Zahl ihrer Untertanen, mithin auch die Menge der Werkzeuge zu noch ausgebreiteteren Kriegen durch sie zu vermehren wissen. Bei Bei der Bösartigkeit der menschlichen Natur, die sich im freien Verhältnis der Völker unverhohlen blicken läßt, indessen, daß sie im bürgerlich- gesetzlichen Zustande durch den Zwang der Regierung sich sehr verschleiert, ist es doch zu verwundern, daß das Wort Recht aus der Kriegspolitik noch nicht als pedantisch ganz hat verwiesen werden können, und sich noch kein Staat erkühnet hat, sich für die letztere Meinung öffentlich zu erklären. Denn noch werden Hugo Grotius, Puffendorf, Vattel und andere mehr lauterleidige Tröster, obgleich ihr Kodex, philosophisch oder diplomatisch abgefasst, nicht die mindeste gesetzliche Kraft hat oder auch nur haben kann, weil Staaten als solche nicht unter einem gemeinschaftlichen äußeren Zwange stehen, immer treuherzig zur Rechtfertigung eines Kriegsangriffs angeführt, ohne daß es ein Beispiel gibt, daß jemals ein Staat durch mit Zeugnissen so wichtiger Männer bewaffnete Argumente wäre bewogen worden, von seinem Vorhaben abzustehen. Diese Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe wenigstens den Worten nach leistet, beweist doch, daß eine noch größere, ob zwar zurzeit schlummernde moralische Anlage im Menschen anzutreffen sei, über das böse Prinzip in ihm, was er nicht ableugnen kann, doch einmal Meister zu werden und dies auch von anderen zu hoffen. Denn sonst würde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befähden wollen, nie in den Mund kommen, es sei denn, bloß um seinen Spott damit zu treiben, wie jener gallische Fürst es erklärte, es ist der Vorzug, den die Natur dem Stärkern über den Schwächern gegeben hat, daß dieser ihm gehorchen soll. Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem äußeren Gerichtshofe, der Prozess, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag, zwar Zustande, immer zu einem neuen Vorwand zu finden, ein Ende gemacht wird, den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist, gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, aus diesem Zustande herausgehen zu sollen, weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind, indessen daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet oder gesichert werden kann. So muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund Födu's Pacificum nennen kann, der vom Friedensvertrag Pactum Pacis darin unterschieden sein würde, daß dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgendeiner Macht des Staats, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für sich selbst und zugleich anderer verbündeten Staaten, ohne daß diese doch sich deshalb wie Menschen im Naturzustande öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben, unterwerfen dürfen. Die Ausführbarkeit, objektive Realität dieser Idee der Föderalität, die sich allmählich über alle Staaten erstrecken soll und so zum ewigen Frieden hinführt, läßt sich darstellen. Denn wenn Verbindungen Verbindungen Art nach und nach immer weiter auszubreiten. Daß ein Volk sagt, es soll unter uns kein Krieg sein, denn wir wollen uns in einen Staat formieren, das ist, uns selbst eine oberste gesetzgebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten friedlich ausgleicht, das läßt sich verstehen. Wenn aber dieser Staat sagt, es soll kein Krieg zwischen mir und anderen Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Recht sichere, so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes, nämlich der freie Föderalism ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts notwendig verbinden muß, wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll. Bei dem Begriffe des Völkerrechts als eines Rechts zum Kriege lässt sich eigentlich gar nichts denken, weil es ein Recht sein soll, nicht nach allgemeingültigen Äußern die Freiheit jedes einzelnen einschränkenden Gesetzen, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt, was Recht sei, zu bestimmen. Es müßte denn darunter verstanden werden, daß Menschen, die so gesinnet sind, ganz recht geschieht, wenn sie sich untereinander aufreiben und also den ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle Gräuel der Gewalttätigkeit samt ihren Urhebern bedeckt. Für Staaten im Verhältnisse untereinander kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie einzelne Menschen, ihre wilde, gesetzlose Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen freilich im Verhältnisse und so einen freilich immer wachsenden Völkerstaat, Civitas Gentium, der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden. Da sie dieses aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht wollen, Mithin, was in These richtig ist, in Hypothesie verwerfen, so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik, wenn nicht alles verloren werden soll, nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich immer ausbreitenden Bundes, den Strom der rechtscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs. Furo impius intus, fremit horridus ore cruento, Virgil Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität, Wirtbarkeit, das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann. Solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, wozu ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und die Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft, doch so, daß das Schiff oder das Kamel, das Schiff der Wüste, es möglich machen, über diese herrenlose Gegenden sich einander zu nähern und das Recht der Oberfläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu benutzen. Die Unwirtbarkeit der Seeküsten, zum Beispiel der Barbaresken, Schiffe in nahen Meeren zu rauben oder gestrandete Schiffsleute zu Sklaven zu machen, oder die der Sandwüsten, der arabischen Beduinen, die Annäherung zu den nomadischen Stämmen als ein Recht anzusehen, sie zu plündern, ist also dem Naturrecht zuwider, welches Hospitalitätsrecht aber, das ist die Befugnis der fremden Ankömmlinge, sich nicht weiter erstreckt, als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen. Auf diese Art können entfernte Weltteile miteinander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich gesetzlich werden, und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfassung immer näher bringen können. Vergleicht man hiermit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker, welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei gilt, beweisen, bis zum Erschrecken weit. Amerika, die Negerländer, die Gewürzinseln, das Kap etc. waren, bei ihrer Entdeckung, für sie Länder, die keinem angehörten, denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Ostindien, Hindustan, brachten sie unter dem Vorwande bloß beabsichtigter Handelsniederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung der Eingeborenen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit und wie die Litanei aller Übel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag. China und Japan, Nippon, die den Versuch mit solchen Gästen gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den Zugang, nicht aber den Eingang, dieses auch den ersteren, nur einem einzigen europäischen Volk, den Holländern erlaubt, die sie aber doch dabei, wie Gefangene, von der Gemeinschaft mit den Eingeborenen ausschließen. Das ärgste hierbei, oder aus dem Standpunkt eines moralischen Richters betrachtet, das Beste, ist, daß sie dieser Gewalttätigkeit nicht einmal froh werden, daß alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, daß die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei keinen wahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittelbar, und zwar zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zu Bildung der Matrosen für Kriegsflotten und also wieder zu Führung der Kriege in Europa dienen, und dieses möchten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen, und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen. Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen, engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staates als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf. Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Zusatz Von der Garantie des ewigen Friedens Das, was diese Gewehr, Garantie, leistet, ist nichts Geringeres als die große Künstlerin Natur, Natura de Dalarerum, aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wieder ihren Willen emporkommen zu lassen. Und darum, gleich als Nötigung einer ihren Wirkungsgesetzen nach und unbekannten Ursache, Schicksal, bei Erwägung aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminierenden Ursache Vorsehung genannt wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunstanstalten der Natur erkennen oder auch nur daraus auf sich schließen, sondern, wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwecke überhaupt, nur hinzudenken können und müssen, um uns von ihrer Möglichkeit, nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen einen Begriff zu machen. Deren Verhältnis und Zusammenstimmung aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt, dem Moralischen, sich vorzustellen, eine Idee ist, die zwar in theoretischer Absicht überschwänglich, in praktischer aber, zum Beispiel in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen Mechanismen der Natur dazu zu benutzen, dogmatisch und ihrer Realität nach wohl gegründet ist. Der Gebrauch des Worts Natur ist auch, wenn es, wie hier, bloß um Theorie, nicht um Religion zu tun ist, schicklicher für die Schranken der menschlichen Vernunft, als die sich in Ansehung des Verhältnisses der Wirkungen zu ihren Ursachen innerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung halten muß, und bescheidener als der Ausdruck einer für uns erkennbaren Vorsehung, mit dem man sich vermessenerweise ikarische Flügel ansetzt, um dem Geheimnis ihrer unergründlichen Absicht näher zu kommen. Ehe wir nun diese Gewährleistung näher bestimmen, wird es nötig sein, vorher den Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf ihrem großen Schauplatz handelnden Personen veranstaltet hat, der ihre Friedenssicherung zuletzt notwendig macht, als dann aber allererst die Art, wie sie diese leiste. Ihre provisorische Veranstaltung besteht darin, daß sie erstens für die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt hat, da selbst leben zu können, zweitens sie durch Krieg allerwärts hin selbst in die unwirtbarsten Gegenden getrieben hat, um sie zu bevölkern, drittens durch eben denselben sie in mehr oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten genötigt hat. Daß in den kalten Wüsten am Eismeer noch das Moos wächst, welches das Rentier unter dem Schnee hervorscharrt, um selbst die Nahrung oder auch das Angespann des Ostjaken oder Samoyeden zu sein, oder daß die salzigten Sandwüsten doch noch dem Kamel, welches zu Bereisung derselben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um sie nicht unbenutzt zu lassen, enthalten, ist schon bewundernswürdig. Noch deutlicher aber leuchtet der Zweck hervor, wenn man gewahr wird, wie außer den bepelzten Tieren am Ufer des Eismeeres noch Robben, Walrosse und Walfische an ihrem Fleische Nahrung und mit ihrem Tran Feuerung für die dortigen Anwohner darreichen. Am meisten aber erregt die Vorsorge der Natur durch das Treibholz Bewunderung, was sie, ohne daß man recht weiß, wo es herkommt, diesen gewächslosen Gegenden zubringt, ohne welches Material sie weder ihre Fahrzeuge und Waffen noch ihre Hütten zum Aufenthalt zurichten könnten, wo sie dann mit dem Kriege gegen die Tiere genug zu tun haben, um unter sich friedlich zu leben. Was sie aber dahingetrieben hat, ist vermutlich nichts anders als der Krieg gewesen. Das erste Kriegswerkzeug aber unter allen Tieren, die der Mensch binnen der Zeit der Erdbevölkerung zu zähmen und häuslich zu machen gelernt hatte, ist das Pferd, denn der Elefant gehört in die spätere Zeit, nämlich des Luxus schon errichteter Staaten, sowie die Kunst gewisse für uns jetzt ihrer ursprünglichen Beschaffenheit nach nicht mehr erkennbare Grasarten, Getreide genannt, anzubauen. Ingleichen die Vervielfältigung und Verfeinerung der Obstarten durch Verpflanzung und Einpfropfung, vielleicht in Europa bloß zweier Gattungen, der Holzäpfel und Holzbirnen, nur im Zustande schon errichteter Staaten, wo gesichertes Grundeigentum stattfand, entstehen konnte, nachdem die Menschen vorher in gesetzloser Freiheit von dem Jagd-, Fischer- und Hirtenleben bis zum Ackerleben durchgedrungen waren und nun Salz und Eisen erfunden ward, vielleicht die ersteren weit und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs verschiedener Völker wurden, wodurch sie zuerst in ein friedliches Verhältnis gegeneinander und so selbst mit Entfernteren in Einverständnis, Gemeinschaft und friedliches Verhältnis untereinander gebracht wurden. Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, daß Menschen allerwärts auf Erden leben könnten, so hat sie zugleich auch despotisch gewollt, daß sie allerwärts leben sollten, wenn gleich wieder ihre Neigung und selbst ohne daß dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussetzte, der sie hiezu vermittels eines moralischen Gesetzes verbände, sondern sie hat, zu diesem ihrem Zweck zu gelangen, den Krieg gewählt. Wir sehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abstammung kennbar machen, wie die Samoyeden am Eismeer einerseits und ein Volk von ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im Altaischen Gebirge andererseits, wo zwischen sich ein anderes, nämlich mongalisches, berittenes und hiemit kriegerisches Volk gedrängt und so jenen Teil ihres Stammes weit von diesem in die unwirtbarsten Eisgegenden versprengt hat, wo sie gewiß nicht aus eigener Neigung sich hin verbreitet hätten. Ebenso die Finnen in der nordlichsten Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jetzt ebenso weit entfernten, aber der Sprache nach mit ihnen Verwandten Ungarn, durch dazwischen eingedrungene gotische und sarmatische Völker getrennt. Und was kann wohl anders die Eskimos, vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern ganz unterschiedenes Geschlecht, im Norden und die Pescheres im Süden von Amerika bis zum Feuerlande hingetrieben haben, als der Krieg, dessen sich die Natur als Mittel bedient, die Erde allerwärts zu bevölkern. Der Krieg aber selbst bedarf keines besonderen Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein, und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch durch den Erdtrieb ohne eigennützige Triebfedern beseelt wird, zu gelten, so daß der Kriegesmut von amerikanischen Wilden sowohl als den europäischen in den Ritterzeiten nicht bloß wenn Krieg ist, wie billig, sondern auch daß Krieg sei, von unmittelbarem großem Wert zu sein, geurteilt wird, und er oft, bloß um jenen zu zeigen, angefangen, mit hin an dem Kriege an sich selbst eine innere Würde gesetzt wird, sogar, daß ihm auch wohl Philosophen als einer gewissen Veredlung der Menschheit eine Lobrede halten, uneingedenk des Ausspruchs jenes Griechen, der Krieg ist darin schlimm, daß er mehr böse Leute macht, als er deren wegnimmt. So viel von dem, was die Natur für ihren eigenen Zweck in Ansehung der Menschengattung als einer Tierklasse tut. Jetzt ist die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den ewigen Frieden betrifft, was die Natur in dieser Absicht beziehungsweise auf den Zweck, den dem Menschen seine eigene Vernunft zur Pflicht macht, mithin zur Begünstigung seiner moralischen Absicht tue und wie sie die Gewährleiste, daß dasjenige, was der Mensch nach Freiheitsgesetzen tun sollte, aber nicht tut, dieser Freiheit unbeschadet, auch durch einen Zwang der Natur, daß er es tun werde, gesichert sei, und zwar nach allen drei Verhältnissen des öffentlichen Rechts, des Staats, Völker und weltbürgerlichen Rechts. Wenn ich von der Natur sage, sie will, daß dieses oder jenes geschehe, so heißt das nicht so viel, als sie legt uns eine Pflicht auf, es zu tun, denn das kann nur die zwangsfreie praktische Vernunft, sondern sie tut es selbst, wir mögen wollen oder nicht. Vater volentem ducund, nollentem trahund. Erstens Wenn ein Volk auch nicht durch innere Misshelligkeit genötigt wurde, sich unter den Zwang öffentlicher Gesetze zu begeben, so würde es doch der Krieg von außen tun, indem, nach der vorher erwähnten Naturanstalt, ein jedes Volk ein anderes, es drängende Volk zum Nachbar vor sich findet, gegen das es sich innerlich zu einem Staat bilden muß, um als Macht gegen diesen gerüstet zu sein. Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, dermaßen, daß viele behaupten, es müßse ein Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicht fähig wären. Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, in der Vernunft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtige Neigungen zu Hilfe, so, daß es nur auf eine gute Organisation des Staates ankommt, die allerdings im Vermögen der Menschen ist, jener ihrer Kräfte so gegeneinander zu richten, daß eine die anderen in ihrer zerstörenden Wirkung aufhält oder diese aufhebt, so daß der Erfolg für die Vernunft so ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben, auflösbar, und lautet so, eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber in Geheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten. Ein solches Problem muß auflöslich sein, denn es ist nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur, von dem die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, um den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, daß sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben, einander selbst nötigen und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen müssen. Man kann dieses auch an den wirklich vorhandenen, noch sehr unvollkommen organisierten Staaten sehen, daß sie sich doch im äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon sicherlich nicht die Ursache ist, wie denn auch nicht von dieser die gute Staatsverfassung, sondern vielmehr umgekehrt, von der Letzteren allererst die gute moralische Bildung eines Volkes zu erwarten ist, mithin der Mechanism der Natur durch selbstsüchtige Neigungen, die natürlicherweise einander auch äußerlich entgegenwirken, von der Vorschrift Raum zu machen und hiermit auch, so viel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Frieden zu befördern und zu sichern. Hier heißt es also, die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zuletzt die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu tun, das macht sich zuletzt selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit. Biegt man das Rohr zu stark, so bricht's und wer zu viel will, der will nichts. Buterweg Zweitens Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler voneinander unabhängiger benachbarter Staaten voraus. Und obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, wenn nicht eine föderative Vereinigung derselben dem Ausbruch der Feindseligkeiten vorbeugt, so ist doch selbst dieser nach der Vernunft Idee besser als die Zusammenschmelzung derselben durch eine die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gesetze mit dem vergrößten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen und ein seelenloser Despotism, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses doch das Verlangen jedes Staats oder seines Oberhaupts auf diese Art sich in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, daß er womöglich die ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es anders. Sie bedient sich zweier Mittel, um Völker von der Vermischung abzuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen, die zwar den Hang zum wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich führt, aber doch bei anwachsender Kultur und der allmähligen Annäherung der Menschen zu größerer Einstimmung in Prinzipien zum Einverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht wie jener Despotism auf dem Kirchhofe der Freiheit durch Schwächung aller Kräfte sondern durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Wetteifer derselben hervorgebracht und gesichert wird. Drittens So wie die Natur weislich die Völker trennt, welche der Wille jedes Staats und zwar selbst nach Gründen des Völkerrechts gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte, so vereinigt sie auch andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewalttätigkeit und Krieg nicht Würde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der früher oder später sich jedes Volkes bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten, Mitteln, die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich Staaten, freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität, gedrungen den edlen Frieden zu befördern und wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bündnisse ständen. Denn große Vereinigungen zum Kriege können der Natur der Sache nach sich nur höchst selten zutragen und noch seltener glücken. Auf die Art garantiert die Natur durch den Mechanism in den menschlichen Neigungen selbst den ewigen Frieden. Freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben theoretisch zu weissagen, aber doch in praktischer Absicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem nicht bloß schimärischen Zwecke hinzuarbeiten. Zum ewigen Frieden ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Anhang 1 über die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden. Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objektiver Bedeutung als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offenbare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daß man es doch nicht könne. Denn als dann fällt dieser Begriff aus der Moral von selbst weg, ultra posse nemo obligator. Mithin kann es keinen Streit der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen aber theoretischen, mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie geben. Man müßte denn unter der Letzteren eine allgemeine Klugheitslehre, das ist eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vorteil berechneten Absichten, die tauglichsten Mittel zu wählen, das ist leugnen, daß es überhaupt eine Moral gebe. Die Politik sagt, seid klug wie die Schlangen, die Moral setzt als einschränkende Bedingung hinzu und 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 ohne falsch wie die Tauben. Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral. Soll aber doch durchaus beides vereinigt sein, so ist der Begriff vom Gegenteil absurd und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, lässt sich gar nicht einmal als Aufgabe hinstellen. Obgleich der Satz Ehrlichkeit ist die beste Politik eine Theorie enthält, der die Praxis leider sehr häufig widerspricht, so ist doch der gleichfalls theoretische Ehrlichkeit ist besser denn alle Politik über allen Einwurf unendlich erhaben, ja die unumgängliche Bedingung der Letzteren. Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter dem Grenzgott der Gewalt denn dieser steht noch unter dem Schicksal das ist die Vernunft ist nicht erleuchtet genug die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen die den glücklichen oder schlimmen Erfolg aus dem Tun und Lassen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkündigen obgleich ihn dem wunschgemäß hoffen lassen Was man aber zu tun habe um im Gleise der Pflicht nach Regeln der Weisheit zu bleiben dazu und hiemit zum Endzweck leuchtet sie uns überall hell genug vor Nun gründet aber der Praktiker dem die moral bloße Theorie ist seine trostlose Absprechung unserer gutmütigen Hoffnung selbst bei eingeräumtem Sollen und Können eigentlich darauf daß er aus der Natur des Menschen vorherzusehen vorgibt er werde dasjenige nie wollen was er fordert wird um jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck zustande zu bringen freilich ist das Wollen aller einzelnen Menschen in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprinzipien zu leben die distributive Einheit des Willens aller zu diesem Zweck nicht hinreichend sondern daß alle zusammen diesen Zustand wollen die kollektive Einheit des Vereinigten Willens diese Auflösung einer schweren Aufgabe wird noch dazu erfordert damit ein ganzes der bürgerlichen Gesellschaft werde und da also über diese Verschiedenheit des partikularen Wollens aller noch eine vereinigende Ursache desselben hinzukommen muß um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen welches keiner von allen vermag so ist in der Ausführung jener Idee in der Praxis auf keinen anderen Anfang des rechtlichen Zustands zu rechnen als den durch Gewalt auf deren Zwang nachher das öffentliche Recht gegründet wird welches dann freilich da man ohne dem des Gesetzgebers moralische Gesinnung hierbei wenig in Anschlag bringen kann er werde nach geschehener Vereinigung der Wüsten Menge in ein Volk diesem es nur überlassen eine rechtliche Verfassung durch ihren gemeinsamen Willen zustande zu bringen große Abweichungen von jener Idee der Theorie in der wirklichen Erfahrung schon zum Voraus erwarten lässt da heißt es dann wer einmal die Gewalt in Händen hat wird sich vom Volk nicht Gesetze vorschreiben lassen ein Staat der einmal im Besitz ist unter keinen äußeren Gesetzen zu stehen wird sich in Ansehung der Art wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen und selbst ein Welt Teil wenn er sich einem Anderen der ihm übrigens nicht im Wege ist überlegen fühlt wird das Mittel der Verstärkung seiner Macht durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben nicht Und so zerrennen nun alle Plane der Theorie für das Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht in sachleere unausführbare Ideale dagegen eine Praxis die auf empirische Prinzipien der menschlichen Natur gegründet ist welche es nicht für zu niedrig hält aus der Art wie es in der Welt zugeht Belehrung für ihre Maximen zu ziehen einen sicheren Grund für ihr Gebäude der Staatsklugheit zu finden allein hoffen könne Freilich wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Gesetz gibt sondern alles was geschieht oder geschehen kann bloßer Mechanism der Natur ist so ist Politik als Kunst diesen zur Regierung der Menschen zu benutzen die ganze praktische Weisheit und der Rechtsbegriff ein sachleerer Gedanke Findet man diesen aber doch unumgänglich nötig mit der Politik zu verbinden ja ihn gar zur einschränkenden Bedingung der Letztern zu erheben so muß die Vereinbarkeit beider eingeräumt werden ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker das ist einen der die Prinzipien der Staatsklugheit so nimmt daß sie mit der Moral zusammen bestehen können aber nicht einen politischen Moralisten denken der sich eine Moral so schmiedet wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältnis angetroffen werden die man nicht hat verhüten können so sei es Pflicht vornehmlich für Staatsoberhäupter dahin bedacht zu sein wie sie sobald wie möglich gebessert und dem Naturrecht so wie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht angemessen gemacht werden könne sollte es auch ihrer Selbstsucht Aufopferungen kosten da nun die Zerreißung eines Bandes der Staats oder Weltbürgerlichen Vereinigung ehe noch eine bessere Verfassung an die Stelle derselben zu treten in Bereitschaft ist aller hierin mit der Moral einhelligen Staatsklugheit zuwider ist so wäre es zwar ungereimt zu fordern jenes Gebrechen müsse sofort und mit Ungestüm abgeändert werden aber dass wenigstens die Maxime der Notwendigkeit einer solchen Abänderung dem Machthabenden innigst beiwohne um in beständiger Annäherung zu dem Zwecke der nach Rechtsgesetzen besten Verfassung zu bleiben das kann doch von ihm gefordert werden ein Staat kann sich auch schon republikanisch regieren wenn er gleich noch der vorliegenden Konstitution nach despotische Herrschermacht besitzt bis allmählich das Volk des Einflusses der bloßen Idee der Autorität des Gesetzes gleich als ob es physische Gewalt besäße fähig wird und so nach zur eigenen Gesetzgebung welche ursprünglich auf Recht gegründet ist tüchtig befunden wird wenn auch durch den Ungestüm einer von der schlechten Verfassung erzeugten Revolution unrechtmäßiger Weise eine gesetzmäßigere errungen wäre so würde es doch auch als dann nicht mehr für erlaubt gehalten werden müssen das Volk wieder auf die alte zurückzuführen obgleich während derselben jeder der sich damit gewalttätig oder arglistig bemengt mit Recht den Strafen des Aufrührers unterworfen sein würde was aber das äußere Staatenverhältnis betrifft so kann von einem Staat nicht verlangt werden daß er seine obgleich despotische Verfassung die aber doch die stärkere in Beziehung auf äußere Feinde ist ablegen solle solange er Gefahr läuft von anderen Staaten sofort verschlungen zu werden Mithin muß bei jenem Vorsatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein Es mag also immer sein daß die despotisierenden in der Ausübung fehlenden Moralisten wieder die Staatsklugheit durch übereilt genommene oder angepriesene Maßregeln mannigfaltig verstoßen so muß sie doch die Erfahrung bei diesem ihrem Verstoß wieder die Natur nach und nach in ein besseres Gleis bringen stattdessen die moralisierenden Politiker durch Beschönigung rechtswidriger Staatsprinzipien unter dem Vorwande einer des Guten nach der Idee wie sie die Vernunft vorschreibt nicht fähigen menschlichen Natur so viel an ihnen ist daß Besserwerden unmöglich machen und die Rechtsverletzung verewigen Statt der Praxis deren sich diese staatsklugen Männer rühmen gehen sie mit Praktiken um indem sie bloß darauf bedacht sind dadurch daß sie der jetzt herrschenden Gewalt zum Munde reden um ihren Privatvorteil nicht zu verfehlen das Volk und womöglich die ganze Welt preiszugeben nach der Art echter Juristen vom Handwerke nicht von der Gesetzgebung wenn sie sich bis zur Politik versteigen denn da dieser ihr geschäfte nicht ist über Gesetzgebung selbst zu vernünfteln sondern die gegenwärtige Gebote des Landrechts zu vollziehen so muss ihnen jede jetzt vorhandene gesetzliche Verfassung und wenn diese höheren Orts abgeändert wird die nun folgende immer die beste sein wo dann alles so in seiner gehörigen mechanischen Ordnung ist wenn aber diese Geschicklichkeit für alle Sättel gerecht zu sein ihnen den Wahn einflößt auch über Prinzipien einer Staatsverfassung überhaupt nach Rechtsbegriffen mithin a priori nicht empirisch urteilen zu können wenn sie darauf groß tun Menschen zu kennen welches freilich zu erwarten ist weil sie mit vielen zu tun haben ohne doch den Menschen und was aus ihm gemacht werden kann zu kennen wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird mit diesen Begriffen aber versehen ans Staats- und Völkerrecht wie es die Vernunft vorschreibt gehen so können sie diesen Überschritt nicht anders als mit dem Geist der Schikane tun indem sie ihr gewohntes Verfahren eines Mechanisms nach despotisch gegebenen Zwangsgesetzen auch da befolgen wo die Begriffe der Vernunft einen nur nach Freiheitsprinzipien gesetzmäßigen Zwang begründet wissen wollen durch welchen allererst eine zu Recht beständige Staatsverfassung möglich ist welche Aufgabe der vorgebliche Praktiker mit Vorbeigehung jener Idee empirisch aus Erfahrung wie die bisher noch am besten bestandene mehrrenteils aber rechtswidrige Staatsverfassungen eingerichtet waren lösen zu können glaubt Die Maximen deren er sich hiezu bedient ob er sie zwar nicht laut werden läßt laufen ungefähr auf folgende sophistische Maximen hinaus Erstens fac et excusa ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächtigen Besitznehmung entweder eines Rechts des Staats über sein Volk oder über ein anderes Benachbarte Die Rechtfertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der Tat vortragen und die Gewalt beschönigen lassen vornehmlich im ersten Fall wo die obere Gewalt im Innern sofort auch die gesetzgebende Obrigkeit ist der man gehorchen muß ohne darüber zu vernünfteln als wenn man zuvor auf überzeugende Gründe sinnen und die Gegengründe darüber noch erst abwarten wollte Diese Dreustigkeit selbst gibt einen gewissen Anschein von innerer Überzeugung der Rechtmäßigkeit der Tat und der Gott Bonus Eventus ist nachher der beste Rechtsvertreter Zweitens Was du selbst verbrochen hast zum Beispiel um dein Volk zur Verzweiflung und so zum Aufruhr zu bringen das leugne ab daß es deine Schuld sei sondern behaupte daß es die der Widerspenstigkeit der Untertanen oder auch bei deiner Bemächtigung eines benachbarten Volkes die Schuld der Natur des Menschen sei der wenn er dem Andern nicht mit Gewalt zuvorkommt sicher darauf rechnen kann daß dieser ihm zuvorkommen und sich seiner bemächtigen werde drittens divide et impera das ist sind gewisse privilegierte Häupter in deinem Volk welche dich bloß zu ihrem oberhaupt primus inter paris gewählt haben so veruneinige jene untereinander und entzweie sie mit dem Volk stehe nun dem Letztern unter Vorspiegelung größerer Freiheit bei so wird alles von deinem unbedingten Willen abhängen oder sind es äußere Staaten so ist Erregung der Misshelligkeit unter ihnen ein ziemlich sicheres Mittel unter dem Schein des Beistandes des Schwächeren einen nach dem Andern dir zu unterwerfen durch diese politischen Maximen wird nun zwar niemand hintergangen denn sie sind insgesamt schon allgemein bekannt auch ist es mit ihnen nicht der Fall sich zu schämen als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Augen leuchtete denn weil sich große Mächte nie vor dem Urteil des gemeinen Haufens sondern nur eine vor der Andern schämen was aber jene Grundsätze betrifft nicht das offenbar werden sondern nur das Misslingen derselben sie beschämt machen kann denn in Ansehung der Moralität der Maximen kommen sie alle untereinander überein so bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig auf die sie sicher rechnen können nämlich die der Vergrößerung ihrer Macht auf welchem Wege sie auch erworben sein mag aus allen diesen Schlangen Wendungen einer unmoralischen Klugheitslehre den Friedenszustand unter Menschen aus dem Kriegerischen des Naturzustandes herauszubringen erhellet erhellet wenigstens so viel daß die Menschen ebenso wenig in ihren Privatverhältnissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen können und sich nicht getrauen die Politik öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu gründen mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorsam aufzukündigen welches vornehmlich in dem des Völkerrechts auffallend ist sondern ihm an sich alle gebührende Ehre widerfahren lassen wenn sie auch hundert Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten um ihm in der Praxis auszuweichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein um dieser Sophisterei wenn gleich nicht der durch sie beschönigten Ungerechtigkeit ein Ende zu machen und die falsche Vertreter der Mächtigen der Erde zum Geständnisse zu bringen daß es nicht das Recht sondern die Gewalt sei der sie zum Vorteil sprechen von welcher sie gleich als ob sie selbst hierbei was zu befehlen hätten den Ton annehmen wird es gut sein das Blendwerk aufzudecken womit man sich und andere hinter geht das oberste Prinzip von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht ausfindig zu machen und zu zeigen daß alles das Böse was ihm im Wege ist davon herrühre daß der politische Moralist da anfängt wo der moralische Politiker billigerweise endigt und 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 er so die Grundsätze dem Zweck unterordnet das ist die Pferde hinter den Wagen spannt seine eigene Absicht vereitelt die Politik mit der Moral in Einverständnis zu bringen Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen ist nötig zu förderst die Frage zu entscheiden ob in Aufgaben der praktischen Vernunft vom materialen Prinzip derselben dem Zweck als Gegenstand der Willkür der Anfang gemacht werden müsse oder vom Formalen das ist demjenigen bloß auf Freiheit im Äußern Verhältnis gestellten danach es heißt handle so daß du wollen kannst deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden der Zweck mag sein welcher er wolle ohne alle Zweifel muß das letztere Prinzip vorangehen denn es hat als Rechtsprinzip unbedingte Notwendigkeit stattdessen das erstere nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten Zwecks nämlich der Ausführung desselben nötigend ist und wenn dieser Zweck zum Beispiel der ewige Friede auch Pflicht wäre so müßte doch diese selbst aus dem formalen Prinzip der Maximen äußerlich zu Handeln abgeleitet worden sein nun ist das erstere Prinzip das des politischen Moralisten das Problem des Staats Völker und Weltbürgerrechts eine bloße Kunstaufgabe Problema Technikum das zweite dagegen das Prinzip des moralischen Politikers welchem es eine sittliche Aufgabe Problema Morale ist im Verfahren von dem Anderen himmelweit unterschieden um den ewigen Frieden den man nun nicht bloß als physisches Gut sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zustand wünscht herbeizuführen zur Auflösung des ersten nämlich des Staats Klugheits Problems wird viel Kenntnis der Natur erfordert um ihren Mechanism zu dem gedachten Zweck zu benutzen und und doch und doch alle diese ungewiß in Ansehung ihres Resultats den ewigen Frieden betreffend man mag nun die eine oder die andere der drei Abteilungen des öffentlichen Rechts nehmen Ob das Volk im Gehorsam und zugleich im Flor besser durch Strenge oder Lockspeise der Eitelkeit ob durch Obergewalt eines einzigen oder durch Vereinigung mehrerer Häupter vielleicht auch bloß durch einen Dienstadel oder durch Volksgewalt im Innern und zwar auf lange Zeit gehalten werden könne ist ungewiß Man hat von allen Regierungsarten die einzige echtrepublikanische die aber nur einem moralischen Politiker in den Sinn kommen kann ausgenommen Beispiele des Gegenteils in der Geschichte Noch ungewisser ist ein auf Statute nach Ministerialplanen vorgeblich errichtetes Völkerrecht welches in der Tat nur ein Wort ohne Sache ist und auf Verträgen beruht die in demselben Akt ihrer Beschließung zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten Dagegen dringt sich die Auflösung des Zweiten nämlich des Staats Weisheits Problems sozusagen von selbst auf ist jedermann einleuchtend und macht alle Künstelei zu Schanden führt dabei gerade zum Zweck doch mit der Erinnerung der Klugheit ihn nicht übereilterweise mit Gewalt herbeizuziehen sondern sich ihm nach Beschaffenheit der günstigen Umstände unablässig zu nähern da heißt es dann trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch euer Zweck die Wohltat des ewigen Friedens von selbst zufallen Denn das hat die Moral Eigentümliches an sich und zwar in Ansehung ihrer Grundsätze des öffentlichen Rechts mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politik daß je weniger sie das Verhalten von dem vorgesetzten Zweck den Beabsichtigten es sei physischem oder sittlichem Vorteil abhängig macht desto mehr sie dennoch zu diesem im Allgemeinen zusammenstimmt welches daher kömmt weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille in einem Volk oder im Verhältnis verschiedener Völker untereinander ist der allein was unter Menschen rechtens ist bestimmt diese Vereinigung des Willens aller aber wenn nur in der Ausübung konsequent verfahren wird auch nach dem Mechanism der Natur zugleich die Ursache sein kann die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effekt zu verschaffen so ist es zum Beispiel ein Grundsatz der moralischen Politik daß sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle und dieses Prinzip ist nicht auf Klugheit sondern auf Pflicht gegründet Nun mögen dagegen politische Moralisten noch so viel über den Naturmechanism einer in Gesellschaft tretenden Menschenmenge welcher jene Grundsätze entkräftete und ihre Absicht vereiteln werde vernünfteln oder auch durch Beispiele schlecht organisierter Verfassungen alter und neuer Zeiten zum Beispiel von Demokratien ohne Repräsentationssystem ihre Behauptung dagegen zu beweisen suchen so verdienen sie kein Gehör vornehmlich da eine solche verderbliche Theorie das Übel wohl gar selbst bewirkt was sie vorhersagt nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine Klasse geworfen wird denen nur noch das Bewusstsein daß sie nicht freie Wesen sind beiwohnen dürfte um sie in ihrem eigenen Urteil zu den elendesten unter allen Weltwesen zu machen der zwar etwas renommistisch klingende sprüchwörtlich in Umlauf gekommene aber wahre Satz fiat justitia periat mundus das heißt zu deutsch es herrsche Gerechtigkeit die Schelme in der Welt mögen auch allesamt darüber zugrunde gehen ist ein wackerer alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeichnete krumme Wege abschneidender Rechtsgrundsatz nur daß er nicht missverstanden und etwa als Erlaubnis sein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benutzen welches der ethischen Pflicht widerstreiten würde sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden niemandem sein Recht aus Ungunst oder Mitleiden gegen andere zu weigern oder zu schmälern verstanden wird wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfassung des Staats dann aber auch die der Vereinigung desselben mit anderen benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer einem allgemeinen staat analogischen gesetzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird dieser Satz will nichts anderes sagen als die politischen Maximen müssen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines jeden Staats also nicht vom Zweck den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht vom Wollen als dem obersten aber empirischen Prinzip der Staatsweisheit sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht vom Sollen dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist ausgehen die physischen Folgen daraus mögen auch sein welche sie wollen die Welt wird keineswegs dadurch untergehen daß der bösen Menschen weniger wird das moralisch böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft daß es in seinen Absichten vornehmlich in Verhältnis gegen andere Gleichgesinnete sich selbst zuwider und zerstörend ist und so dem moralischen Prinzip des Guten wenn gleich durch langsame Fortschritte Platz macht es gibt also objektiv in der Theorie gar keinen Streit zwischen der Moral und der Politik dagegen subjektiv in dem selbstsüchtigen Hange der Menschen der aber weil er nicht auf Vernunft Maximen gegründet ist noch nicht Praxis genannt werden muß wird und mag er immer bleiben weil er zum Wetzstein der Tugend dient deren wahrer Mut nach dem Grundsatze tu ne cedemalis set contra audentio ito in gegenwärtigem falle nicht sowohl darin besteht den übeln und aufopferungen mit festem vorsatz sich entgegen zu setzen welche hierbei übernommen werden müssen sondern dem weit gefährlicheren lügenhaften und verräterischen aber doch vernünftelnden die schwäche der menschlichen natur zur rechtfertigung aller übertretung vorspiegelnden bösen prinzip in uns selbst in die Augen zu sehen und seine arglist zu besiegen in der tat kann der politische moralist sagen regent und volk oder volk und volk tun einander nicht unrecht wenn sie einander gewalttätig oder hinterlistig befähden ob sie zwar überhaupt darin unrecht tun daß sie dem rechtsbegriffe der allein den frieden auf ewig begründen könnte alle achtung versagen denn weil der eine seine Pflicht gegen den anderen übertritt der gerade ebenso rechtswidrig gegen jenen gesinnt ist so geschieht ihnen beiderseits ganz recht wenn sie sich untereinander aufreiben doch so daß von dieser Rasse immer noch genug übrig bleibt um dieses Spiel bis zu den entferntesten Zeiten nicht aufhören zu lassen damit eine späte Nachkommenschaft an ihnen der einst ein warnendes Beispiele nehme die Vorsehung im laufe der Welt ist hierbei gerechtfertigt denn das moralische Prinzip im Menschen erlöscht nie die pragmatisch zur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Prinzip tüchtige Vernunft wächst noch dazu beständig durch immer fortschreitende Kultur mit ihr aber auch die Schuld jener Übertretungen Die Schöpfung allein daß nämlich ein solcher Schlag von verderbten Wesen überhaupt hat auf Erden sein sollen scheint durch keine Theodizee gerechtfertigt werden zu können wenn wir annehmen daß es mit dem Menschengeschlechte nie besser bestellt sein werde noch könne aber dieser Standpunkt der Beurteilung ist für uns viel zu hoch als daß wir unsere Begriffe von Weisheit der obersten uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen könnten zu solchen verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben wenn wir nicht annehmen die reine Rechtsprinzipien haben objektive Realität das ist sie lassen sich ausführen und danach müsse auch von Seiten des Volkes im Staate und weiterhin von Seiten der Staaten gegeneinander gehandelt werden die empirische Politik mag auch dagegen einwenden was sie wolle die wahre Politik kann also keinen Schritt tun ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben und ob zwar Politik für sich selbst eine schwere Kunst ist so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral gar keine Kunst denn diese haut den Knoten N2 den jene nicht aufzulösen vermag sobald beide einander wieder streiten das Recht dem Menschen muß heilig gehalten werden der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragmatisch bedingten Rechts zwischen Recht und Nutzen aussinnen sondern alle Politik muß ihre Knie vor dem Ersten beugen kann aber dafür hoffen ob zwar langsam zu der Stufe zu gelangen wo sie beharrlich glänzen wird Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Anhang 2 Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transzendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts nach den verschiedenen empirisch gegebenen Verhältnissen der Menschen im Staat oder auch der Staaten untereinander so wie es sich die Rechtslehrer gewöhnlich denken abstrahiere so bleibt mir noch die Form der Publizität übrig deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält weil ohne jene es keine Gerechtigkeit die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kann mit mithin auch kein Recht das nur von ihr erteilt wird geben würde diese Fähigkeit der Publizität muss jeder Rechtsanspruch haben und sie kann also da es sich ganz leicht beurteilen lässt ob sie in einem vorkommenden Falle stattfinde das ist ob sie sich mit den Grundsätzen des Handelnden vereinigen lasse oder nicht ein leicht zu brauchendes a priori in der Vernunft anzutreffendes Kriterium abgeben im letzteren Fall die Falschheit Rechtswidrigkeit des gedachten Anspruchs gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft sofort zu erkennen nach einer solchen Abstraktion von allem Empirischen was der Begriff des Staats und Völkerrechts enthält dergleichen das Bösartige der menschlichen Natur ist welches den Zwang notwendig macht kann man folgenden Satz die transzendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt sind Unrecht Dieses Prinzip ist nicht bloß als ethisch zur Tugendlehre gehörig sondern auch als juridisch das Recht der Menschen angehend zu betrachten Denn eine Maxime die ich nicht darf laut werden lassen ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln die durchaus verheimlicht werden muß wenn sie gelingen soll und zu der ich mich nicht öffentlich bekennen kann ohne daß dadurch unausbleiblich der Widerstand aller gegen meinen Vorsatz gereizt werde kann diese notwendige und allgemeine mithin a priori einzusehende Gegenbearbeitung aller gegen mich nirgendwovon anders als von der Ungerechtigkeit her haben womit sie jedermann bedroht es ist ferner bloß negativ das ist es dient nur um vermittelst desselben was gegen andere nicht recht ist zu erkennen es ist gleich einem Axiom unerweislich gewiß und über dem leicht anzuwenden wie aus folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts zu ersehen ist erstens was das Staatsrecht Just Civitatis nämlich das Innere betrifft so kommt in ihm die Frage vor welche viele für schwer zu beantworten halten und die das transzendentale Prinzip der Publizität ganz leicht auflöset ist Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Volk die drückende Gewalt eines sogenannten Tyrannen non titulo cet exercitio talis abzuwerfen die Rechte des Volkes sind gekränkt und ihm dem Tyrannen geschieht kein Unrecht durch die Entthronung daran ist kein Zweifel nichts desto weniger ist es doch von den Untertanen im höchsten Grade Unrecht auf diese Art ihr Recht zu suchen und sie können ebenso wenig über Ungerechtigkeit klagen wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strafe ausstehen müßten hier kann nun vieles für und da wieder vernünftelt werden wenn man es durch eine dogmatische deduktion der Rechtsgründe ausmachen will allein das transzendentale Prinzip der Publizität des öffentlichen Rechts kann sich diese weitläuftigkeit ersparen nach dem selben frägt sich vor Errichtung des bürgerlichen Vertrags das Volk selbst ob es sich wohl getraue die Maxime des Vorsatzes einer gelegentlichen Empörung öffentlich bekannt zu machen man sieht leicht ein daß wenn man es bei der Stiftung einer Staatsverfassung zur Bedingung machen wollte in gewissen vorkommenden Fällen gegen das Oberhaupt Gewalt auszuüben so müßte das Volk sich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen als dann wäre jenes aber nicht das Oberhaupt oder wenn beides zur Bedingung der Staatserrichtung gemacht würde so würde gar keine möglich sein welches doch die Absicht des Volkes war das Unrecht des Aufruhrs leuchtet also dadurch ein daß die Maxime desselben dadurch daß man sich öffentlich dazu bekennte seine eigene Absicht unmöglich machen würde man müßte sie also notwendig verheimlichen das letztere wäre aber von Seiten des Staatsoberhaupts eben nicht notwendig Er kann frei heraus sagen daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der Rädelsführer bestrafen werde diese mögen auch immer glauben er habe seinerseits das Fundamentalgesetz zuerst übertreten denn wenn er sich bewußt ist die unwiderstehliche Obergewalt zu besitzen welches auch in jeder bürgerlichen Verfassung so angenommen werden muß weil der welcher nicht Macht genug hat einen jeden im Volk gegen den anderen zu schützen auch nicht das Recht hat ihm zu befehlen so darf er nicht sorgen durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu vereiteln womit auch ganz wohl zusammenhängt daß wenn der Aufruhr dem Volk gelänge jenes Oberhaupt in die Stelle des Untertans zurücktreten ebenso wohl keinen Wiedererlangungs Aufruhr beginnen aber auch nicht zu befürchten haben müßte wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Rechenschaft gezogen zu werden zweitens was das Völkerrecht betrifft nur unter Voraussetzung irgendeines rechtlichen Zustandes das ist derjenigen äußeren Bedingung unter der dem Menschen ein Recht wirklich zuteil werden kann kann von einem Völkerrecht die Rede sein weil es als ein öffentliches Recht die Publikation eines jedem das seine bestimmenden allgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthält und dieser Status Juridicus muss aus irgendeinem Vertrage hervorgehen der nicht eben gleich dem woraus ein Staat entspringt auf Zwangsgesetze gegründet sein darf sondern allenfalls auch der einer fortwährend freien Assoziation sein kann wie der oben erwähnte der Föderalität verschiedener Staaten denn ohne irgendeinen rechtlichen Zustand der die verschiedene physische oder moralische Personen tätig verknüpft mithin im Naturstande kann es kein anderes als bloß ein Privatrecht geben hier tritt nun auch ein Streit der Politik mit der Moral diese als Rechtslehre betrachtet ein wo dann jenes Kriterium der Publizität der Maximen gleichfalls seine leichte Anwendung findet doch nur so daß der Vertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet untereinander und zusammen gegen andere Staaten sich im Frieden zu erhalten keineswegs aber um Erwerbungen zu machen Da treten nun folgende Fälle der Antinomie zwischen Politik und Moral ein womit zugleich die Lösung derselben verbunden wird a wenn einer dieser Staaten dem anderen etwas versprochen hat es sei Hilfleistung oder Abtretung gewisser Länder oder Subsidien und der gleichen fragt sich ob er sich in einem Fall an dem des Staats heil hängt vom Worthalten dadurch los machen kann daß er sich in einer doppelten Person betrachtet wissen will erst als souverän da er niemanden in seinem Staat verantwortlich ist dann aber wiederum bloß als oberster Staatsbeamte der dem Staat Rechenschaft geben müsse da denn der Schluss dahin ausfällt daß wozu er sich in der ersteren Qualität verbindlich gemacht hat davon werde er in der zweiten los gesprochen wenn nun aber ein Staat oder dessen Oberhaupt diese seine Maxime laut werden ließe so würde natürlicherweise entweder ein jeder andere ihn fliehen oder sich mit anderen vereinigen um seinen Anmaßungen zu widerstehen welches beweiset daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß der Offenheit ihren Zweck selber vereiteln mithin jene Maxime Unrecht sein müsse b wenn eine bis zur furchtbaren Größe Potentia tremenda angewachsene benachbarte Macht Besorgnis erregt kann man annehmen sie werde weil sie kann auch unterdrücken wollen und gibt das den Mindermächtigen ein Recht zum vereinigten Angriffe derselben auch ohne vorhergegangene Beleidigung Ein Staat der seine Maxime hier bejahend verlautbaren wollte würde das Übel nur noch gewisser und schneller herbeiführen denn die größere Macht würde der kleineren zuvorkommen und was die Vereinigung der letzteren betrifft so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den der das Divide et Impera zu benutzen weiß diese Maxime der Staatsklugheit öffentlich erklärt vereitelt also notwendig ihre eigene Absicht und ist folglich ungerecht c wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines größeren trennt der diesem doch zu seiner Erhaltung nötig ist ist dieser nicht berechtigt jenen sich zu unterwerfen und mit dem seinigen zu vereinigen man sieht leicht daß der größere eine solche Maxime ja nicht vorher müsse laut werden lassen denn entweder die kleineren Staaten würden sich frühzeitig vereinigen oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst untunlich ein Zeichen daß sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann denn ein Klein Objekt der Ungerechtigkeit hindert nicht daß die daran bewiesene Ungerechtigkeit sehr groß sei drittens Was das Weltbürgerrecht betrifft so übergehe ich es hier mit Stillschweigen weil wegen der Analogie desselben mit dem Völkerrecht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind Man 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 hat an dieselbe darum auch gerecht sind, weil, wer die entschiedene Obermacht hat, seiner Maximen nicht hehlhaben darf. Die Bedingung der Möglichkeit eines Völkerrechts überhaupt ist, daß zuvörderst ein rechtlicher Zustand existiere. Denn ohne diesen gibt's kein öffentliches Recht, sondern alles Recht, was man sich außer demselben denken mag, im Naturzustande, ist bloß Privatrecht. Nun haben wir oben gesehen, daß ein föderativer Zustand der Staaten, welcher bloß die Entfernung des Krieges zur Absicht hat, der einzige mit der Freiheit derselben vereinbare rechtliche Zustand sei. Also ist die Zusammenstimmung der Politik mit der Moral nur in einem föderativen Verein, der also nach Rechtsprinzipien a priori gegeben und notwendig ist, möglich. Und alle Staatsklugheit hat zur rechtlichen Basis die Stiftung des Ersteren, in ihrem größtmöglichen Umfange, ohne welchen Zweck alle ihre Klügelei, Unweisheit und verschleierte Ungerechtigkeit ist. Diese Afterpolitik hat nun ihre Kasuistik, trotz der besten Jesuiterschule, die Reservatio Mentalis, in Abfassung öffentlicher Verträge mit solchen Ausdrücken, die man gelegentlich zu seinem Vorteil auslegen kann, wie man will, zum Beispiel den Unterschied des Status quo de fait und de droit, den Probabilismus, böse Absichten an anderen zu erklügeln oder auch Wahrscheinlichkeiten ihres möglichen Übergewichts zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer friedlicher Staaten zu machen. Endlich das Peccatum Philosophicum, Peccatillum Bagatelle, das Verschlingen eines kleinen Staates, wenn dadurch ein viel größerer, zum vermeintlich größern Weltbesten, gewinnt, für eine leicht verzeihliche Kleinigkeit zu halten. Den Vorschub hierzu gibt die Zweizüngigkeit der Politik in Ansehung der Moral einen oder den anderen Zweig derselben zu ihrer Absicht zu benutzen. Beides, die Menschenliebe und die Achtung fürs Recht der Menschen, ist Pflicht, jener aber nur bedingte, diese dagegen unbedingte, schlechthin gebietende Pflicht, welche nicht übertreten zu haben, derjenige zuerst völlig versichert sein muß, der sich dem süßen Gefühl des Wohltuns überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinne, als Ethik, ist die Politik leicht einverstanden, um das Recht der Menschen ihren oberen Preis zu geben. Aber mit der in der zweiten Bedeutung, als Rechtslehre, vor der sie ihre Knie beugen müßte, findet sie es ratsam, sich gar nicht auf Vertrag einzulassen, ihr lieber alle Realität abzustreiten und alle Pflichten auf lauter Wohlwollen auszudeuten, welche Hinterlist einer lichtscheuen Politik doch von der Philosophie durch die Publizität jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philosophen die Publizität der seinigen angedeihen zu lassen. In dieser Absicht schlage ich ein anderes, transzendentales und bejahendes Prinzip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde. Alle Maximen, die der Publizität bedürfen, um ihren Zweck nicht zu verfehlen, stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen. Denn wenn sie nur durch die Publizität ihren Zweck erreichen können, so müssen sie dem allgemeinen Zweck des Publikums, der Glückseligkeit, gemäß sein, womit zusammenzustimmen, es mit seinem Zustande zufrieden zu machen, die eigentliche Aufgabe der Politik ist. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publizität, das ist durch die Entfernung alles Misstrauens gegen die Maximen derselben, erreichbar sein soll, so müssen diese auch mit dem Recht des Publikums in Eintracht stehen, denn in diesem allein ist die Vereinigung der Zwecke aller möglich. Wenn es Pflicht, Wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung, wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannte Friedensschlüsse, eigentlich Waffenstillstände, folgt, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele, weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden, beständig näher kommt.